Ey, sag mal, könnten wir nicht eigentlich auch ein Video machen, wenn wir jetzt hier schon zusammen an meinem Mic sitzen? Könnten wir, machen wir aber nicht, weil dann könnten wir hier nämlich nicht im Schlüpfer sitzen. Einen wunderschönen guten Tag an alle Leute, die uns hier diesmal in Podcast-Form hören. Für alle, die gar nicht wissen, wer wir sind, wir haben einen großartigen YouTube-Kanal. Das heißt, die uns nicht kennen, checkt doch einfach mal auf YouTube, lass mal reden aus. Und für alle, die uns schon kennen, schön, dass ihr auch beim Podcast dabei seid. Andi, warum machen wir das hier eigentlich? Ja, warum machen wir das eigentlich? Ich bin mental noch bei, in welcher Form machen wir das? Ich glaube, wir hatten das damals uns so abgesprochen, dass wir, dadurch, dass wir ja an zwei unterschiedlichen Orten sind, der allseits beliebte Andi, der ist in Berlin und ich bin gerade in Köln. Und der ohne Adjektiv Chris. Ich bin beeindruckt, dass du weißt, dass allseits beliebt ein Adjektiv ist. Ja, ist ein Nomen. Ja, ist ein Nomen, ist richtig. Ja, ja, ist ein Nomen. So, wir müssen jetzt aber mal... Ja, mach doch mal ernsthaft hier, bitte. Konkret und ernsthaft. Warum machen wir den Podcast? Weil wir an zwei verschiedenen Orten sind, hast du das bereits schon gesagt. Warum wiederholen wir uns? Weil wir nicht gewohnt sind, einen Podcast zu machen. Wie geht's dir denn, mein Lieber? Mir geht's sehr, sehr gut. Ich möchte nur noch mal zwei Sachen sagen, bevor ich hier private Details ausplaudere. Für alle, die uns hier gerade auf YouTube sehen, checkt doch mal unseren Podcast aus. Also quasi, ihr könnt hier unten in der Infobox einfach auf unseren Link klicken, da kommt ihr zu unserer Soundcloud-Seite. Ansonsten überall, wo es gute Podcasts gibt, also beispielsweise auf iTunes, findet ihr uns. Abonniert uns dort, hinterlasst gerne eine positive Bewertung und dann kriegt ihr immer mit, wenn wir mal zwischendurch Folgen raushauen. Wir wollen nämlich, lass mal reden, weitermachen, aber wir schaffen es eben nicht, regelmäßig ein Video rauszuhauen, eben aufgrund der unterschiedlichen Orte. Deswegen quatschen wir einfach mal duskiges Zeug hier in den Podcast rein. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Und jetzt beantworte ich die Frage von Andi, die ich aber schon wieder vergessen habe. Wie geht es dir denn, mein Lieber? Das war die Frage. Gut. Und dir? Ja, ich stelle eine offene Frage, du antwortest mit einem Wort. Das ist sehr, sehr nett von dir und kommunikativ. Aber wer uns kennt und auch für alle neuen Zuhörer, für alle beide, wir reden gerne über Trash-Themen. Und deswegen fangen wir direkt an, oder? Würde ich sagen. Wie läuft es bei alles, was zählt? Das ist ganz komisch. Innerlich weiß ich schon immer, dass irgendein Scheiß kommt, aber trotzdem schaffst du es immer wieder, mein Herz zum Weinen und zum Lachen zu bringen. Es ist sehr schade, dass ich dich nicht sehe. Ich glaube, ich muss mir hier irgendwie eine Wude-Puppen-Dummy oder so hinstellen, dass ich dich auch dann angucken kann. Das stimmt. Das krasse ist, auch wenn du nicht bei mir gerade im Raum sitzt, ich gucke dir trotzdem auf die Lippen. Ja, bei Alles, was zählt, läuft es gut. Es sind spannende Geschichten. Das Lustige ist, wir sind ja immer zehn Wochen im Voraus. Ah, ich könnte hier Sachen rausholen. Oh ja, die ganzen Spoiler. Aber du, da müssen wir mal ganz kurz drüber reden. Im Internet gibt es tatsächlich schon sechs Wochen Vorschauen von Alles, was zählt. Und jetzt frage ich dich mal. Wie das denn? Nehmen wir mal an, du bist Fan von einem Film oder einer Serie. Würdest du sechs Wochen im Voraus diese ganzen Storys schon lesen und dich mega spoilern lassen? Ja, würde ich hundertprozentig machen. Wenn mir einer sagen würde, er weiß, was in der letzten Staffel von Game of Thrones passieren wird, würde ich sofort alles lesen von Anfang bis Ende. Und es wäre mir total egal. Ich würde trotzdem die Folgen genießen, weil ich sage, es ist jetzt wunderschön und jetzt sehe ich alles so, aber ich würde trotzdem alles wissen wollen. Ja, so, du, das geht mir genauso. Ich stand schon mal in einer Schlange am Kino und da haben zwei Leute sich über den Film unterhalten und haben gespoilert. Ich bin nicht in den Film gegangen, wo ich gedacht habe, jetzt brauche ich das auch nicht mehr gucken. Das ist krass. Also ich würde mich tatsächlich nicht sechs Wochen vorher spoilern. Aber auch da sind wir wieder an einem Punkt in Zeiten des Internets und der Geheimhaltung und so. Ich finde es schon komisch, dass das überhaupt sechs Wochen vorher offiziell im Internet steht mit Fotos. Ja, wie geht das? Also ihr habt eine Ratte. Ja, eine Ratte. Nein, das ist so gewollt. Ach, das ist so gewollt. Ich dachte, ihr habt eine Ratte, die alles verrät. Also wir haben eine Ratte, die alles, alles, alles was verrät. Aber, aber nein, das ist so gewollt. Aber wir wollten ja auch gar nicht lange über alles, was zählt. Richtig. Wollten wir nicht. Sondern wir würden gerne über ein Kollegenformat von mir sprechen quasi. Die Bache Lorette 2018 ist zu Ende gegangen. Nadine Klein hat sich tatsächlich, wie wir in unserer letzten Folge gesagt haben, in unserer Geheimliste für wen entschieden? Für den guten Alex. Mir wird nahegelegt, dass ich emotionale Gefühle für Alex hege, weil ich ihr gesagt habe, ist ein cooler Typ und so. Er ist ein cooler Typ und ich habe mich gefreut, dass er gewonnen hat. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, die hundertprozentig für Daniel war, der für mich überhaupt nicht geht, der Typ. Also ich finde den ja richtig abtönt. Den könntest du, wenn dem weiblichen Andi nackt auf dem Bauch binden, das würde nicht funktionieren. Aber sie hat gesagt nein und sie war so traurig und er war so verletzt und bei ihr steht die Tür offen für ihn. Warum sollte sich der Daniel, wenn du eine Frau wärst, auf deinen Bauch setzen? Nur so. Ich frage jetzt einfach mal kurz zwischendrin. Ja. Was dann? Hast du noch nie auf dem Bauch von einer Frau gesessen? Hast du schon, ne? Hast du schon. Ich weiß. Du weißt ganz genau, was da passiert. Ja, ja. Ich wollte, aber eigentlich hat sich das mit deiner Freundin abgeklärt, dass sie das nicht erzählt. Aber okay. Ich kann dir auch was zu deiner Freundin erzählen, ne? Deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, 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 die kann blasen, blasen, blasen an den Füßen nicht ertragen. Also, wenn du so anfängst hier, mein Lieber, ja. Ich merke, ihr kennt euch wirklich. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, erzähl weiter. Du bist in Daniel verliebt, habe ich gehört. Ja, ich bin in Daniel verliebt. Ich fand den super mega natürlich und sympathisch und auch optisch genau meinen Fall, weil ich halbe Heringe sehr, sehr attraktiv finde. Deswegen machen wir auch den Kanal. Also, ne, ich war super happy, dass sie den nicht genommen hat und danach gab es ja dieses Aufeinandertreffen mit Frauke Ludewig, wo ich immer denken muss, ist Frauke Ludewig das unangenehm, das zu machen? Das so investigativ da reinzugehen in die Trottel? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Frauke Ludewig, ich glaube, wie lange moderiert sie denn schon bei RTL? 100 Jahre. Immer? Ich glaube, sie ist es tierisch gewohnt. Was mich aber immer interessieren würde, generell bei diesen Trash-Formaten, weißt du, auch Dschungelcamp, wenn Daniel und Sonja da die ganze Zeit Witze über die Kandidaten machen, dann ist das cool, weil die Kandidaten sind ja nicht dabei. Am Ende sitzen die aber alle zusammen. Und dann musst du dir ja schon sagen, naja, hier, Andi, an der einen Stelle, als du ins Kaminfeuer gepisst hast, war schon widerlich. Ob sie da so ein Stück Hemmschwelle haben, diese Fragen zu stellen oder ob sie einfach... Naja, du musstest die, produzierst mal aufs echte Leben. Würdest du Probleme damit haben, so, wenn du das gesehen hast und dann von einer Gruppe das so anzusprechen? Ich glaube schon. Also vor allem... Ich glaube schon, ja. Ja, also auf jeden Fall. Ja, du warst zwar nicht im Raum, ich habe aber gesagt, dass ich dich total scheiße finde und jetzt muss ich das jetzt hier vor den Kameras natürlich nochmal beschreiben. Das ist wirklich in Ordnung. Ja, absolut. Das ist auch geil, immer zwischen den Kandidaten und so. Ja, ähm, 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 Peter, du hast ja über Sandra gesagt, dass sie eine dreckige Hure ist. Ja. Ja, das war aus der Emotion heraus. Also Sandra und ich haben uns jetzt auch ausgesprochen und wir mögen uns jetzt. Hm, genau. Und dann noch so ein bisschen auf Herz klopfen und dann mit dem Finger auf sie zeigen, ne? Ja, ja, genau. Im YouTube-Video hätte ich das jetzt übrigens gemacht. Ja. Verstehst du? Nee, verstehe ich nicht. Aber, aber okay, sie hat sich für Alex entschieden und findest du gut, ja? Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Ich glaube, die sind auch, die haben eine gute Chemie, so. Ich fand den Alex ganz nett. Ich glaube zwar, dass er jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Aber dafür hat er andere Qualitäten. Also bei Körper und Aussehen hat er natürlich ganz, ganz, ganz laut hier gerufen, aber. Ach, haben sie doch alle in diesen Formaten. Ja, manche, also die, die, ich glaube, das Styling macht da auch sehr viel aus, ne? Total. Also da würden, da würden selbst wir gut aussehen. Da müssten wir keinen Podcast machen, sondern könnten sogar ein YouTube-Video machen. Echt? Ah, ich weiß ja nicht. Meinst du nicht, die würden uns hinkriegen? Doch, ich glaube schon. Challenge accepted. Ey, das wäre doch ein krasses Format, oder? Du, ich habe, ich habe ja jemanden kennengelernt, der die ganzen Bachelor-Staffeln betreut. Ich habe wirklich uns ins Spiel gebracht. Ich habe gesagt, wir würden da wahnsinnig gerne mitmachen. Und? Ja, also als sie dann gehört hat, dass wir beide in Beziehung sind, war schon, ja, ihr seid ja nicht Single, das geht ja nicht. Und Bachelor in Paradise könnt ihr nicht machen, weil da müsst ihr vorher in den anderen Formaten mitmachen. Aber ich habe halt dieses Konzept rausgehauen, dass ich sage, die sollen doch da bitte zwei normale Typen, also dich und mich, reinstellen. Und mal gucken, wie lange das gut geht. Ob wir, ob wir nach fünf Minuten beide in der Ecke sitzen und weinen, weil wir sagen, Scheiße, wir sehen nicht so aus, die sind alle so schön. Oder alle umbringen. Oder ob die anderen alle weinen, weil sie merken, oh nein, sie haben uns wirklich gezeigt, dass wir dumm sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre definitiv lustig. Ja, auf jeden Fall. Also, da würde es mir so gehen, wie Sonja und Daniel und Frau Koludo gehen, glaubt ihr euch das? Sag mal, du hast doch gerade gesagt, dass eins plus eins fünf ist. Aber wobei, pass auf, ich erinnere dich an unsere Venus-Folge aus dem letzten Jahr. Gehen wir eigentlich auf die Venus? Ich hätte, wenn du jetzt sagst, wir gehen auf die Venus, gehen wir auf die Venus. Oh, da habe ich die Macht, Alter. Ich habe so gerne die Macht. Oh, das überlege ich mir noch. Okay, finde ich gut. Also gehen wir wahrscheinlich auf die Venus. Wir sind da reingegangen, für alle, die das Video nicht gesehen haben, und waren relativ schockiert am Anfang, was da alles so los ist. Und was da für Leute rumlaufen und so. Und es hat aber 10, 15 Minuten gedauert und schon waren wir geifernde alte Typen, die das total geifern. Und Chris, das ist genauso, ich schäme mich, Alter. Ich schäme mich. Es war großartig. Es war mit Recht. Wir sind reingegangen, Alter. Wir haben diesen Typen gesehen, der mit der Kamera so ganz nah an den Arsch von der jungen Frau gegangen ist und haben gedacht, so ey, wie kann man so krass tief sinken, ey. Und dann 15 Minuten später so, ey, wo ist, nee, die haben alle was an, Alter, dann lass mal mal so rumgehen. Ja, das war wirklich so. Und jetzt sage ich dir, vielleicht ist es bei Bachelor in Paradise auch so. Fünf Minuten, nachdem wir da reingegangen sind, sagst du, Andi, ey, das geht gar nicht. Hängst du bei Evelyn Bodecki an der rechten Brust und sabberst. Ja, aber oberkörperfrei, ne, mit einer ganz engen Badehose. Also, ja, genau. Ah, mega, Alter. Es wäre krass. Ja, also, wie findest du denn, also das Ergebnis findest du gut? Finde ich gut, ey, finde ich gut. Hat gepasst. Anscheinend sind sie noch zusammen. Man kann ja jetzt auch immer auf Instagram direkt danach gucken. Und dann trauen sich dann alle raut. Dann laufen die Verträge ab mit dem Ablauf der Sendung oder so, ja. Ja, ja, genau. Und du, jetzt kommt's aber. Und jedes Mal, und das ekelt mich so an, das erste offizielle Foto, also offizielle Instagram-Foto, private Instagram-Foto von den neuen Paaren sind immer, wie sie ein Boyfriend-Pullover anhat und relativ ungeschminkt, entweder mit der Zahnbürste im Mund, weil wir sind gerade aufgestanden oder, hey, wir haben einen richtig kuscheligen Vormittag zusammen, wo ich denke, oh, ja, jetzt müsst ihr zeigen, dass ihr voll auch im privaten Look nebeneinander bestehen könnt. Ja, und nicht nur so hochglanzgestylt und so. Oh, ihr geht, ist das ätzend, ey. Und wie viele Paare waren, ja, ja, wir sind zusammen, wir lieben uns. Zwei Monate später, ja, nee, hat ja doch nicht gepasst. Ich ertrage es einfach nicht. So schlimm. Ja, und ich muss auch den Satz von meinen guten Freunden, Jan Böhmermann und Olli Schulz sagen, die den, glaube ich, in ihrem Podcast geprägt haben. Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Und da stehe ich total dahinter. Wenn du deine Liebe so in der Öffentlichkeit breittreten musst, dann ist da irgendwas nicht richtig, bin ich da dran. Ja, also, das finde ich ein bisschen übertrieben. Man kann ja auch den anderen zeigen, was für ein schlechtes Leben sie haben, wenn man denn so gesegnet ist. Und das ist völlig auch integer mit einer Persönlichkeit, die stabil lässt. Kann man das schon machen. Nee, also, ich weiß nicht. Die Nadine Klein so, die war ja, hieß doch Nadine Klein, ne? Klein. Klein. Nein, die war so, die hat sich gemausert. Ich fand sie am Anfang ja so, war halt alte Oma, aber dann später war es schon so, dass ich sage, ja, ich bin ja schon, ich mag sie schon. Sie sieht auch gut aus. Aber findest du, sie sieht besser aus als Jessica Paschka? Jetzt nur Optik, nicht vom Charakter her. Ich weiß, du bist in Jessica Paschka ganz doll verliebt. Ich finde aber irgendwie... Geht, Alter, geht. Aber Nadine Klein fand ich irgendwie eigentlich authentischer und natürlicher in der Bachelor-Staffel seinerzeit. Oh, ich fand Jessica Paschka in der Bachelor-Staffel sympathischer, als ich sie jetzt auf Instagram finde. Ja, 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 ja. Nee, in der Bachelor-Staffel oder in der Bachelorette-Staffel? Bachelorette. Ja, ja, eben. Und ich meinte ja gerade in der Bachelor-Staffel, wo sie Kandidatin war. Da fand ich sie eigentlich, also natürlich bis auf Ich bin alt die ganze Zeit. Ach so, ja, stimmt. Aber fand ich sie aber eigentlich sehr, sehr normal. Und ich mag das eigentlich immer, wenn so Jessica Paschka, vielleicht ist mein Bild auch wirklich, wie du sagtest, durch Instagram tierisch geblendet worden, weil es ist ja nur noch gephotoshoppte, schmale Hüfte, große Brüste, großer Po, hautenge Bikinis, oben bezahlte Werbung mit Aldi Süd. Ja. Ist ein bisschen doll, finde ich einfach. Wie stehst du eigentlich dazu, wenn man sich einen Hund kauft und dann nach einem Monat merkt, ach, man hat gar keine Zeit für den und gibt den dann seiner Tante und tut da... Oh, shit. Hat sie gemacht? Jessica Paschka hatte einen Hund. Harpie. Harper hieß sie, ja. Hat dann immer so. Dann haben die Leute gesagt so, ja, wie ist denn das, wenn du rumreist, wo geht denn der hin? Und so, nein, der ist immer dabei und das ist voll schön und das ist mein Baby und so. Und dann einen Monat später war der Hund nirgendwo immer zu sehen und dann hat sie irgendwann gesagt so, ja, den habe ich abgegeben, das war meiner Tante. Wow. Aber es ist mein Baby. Ja, genau. Es ist, finde ich, ist der erste Schritt, das auch mit dem Kind in der Zukunft zu machen. Ja, ja. Einfach auslassen. Ey, es geht nicht. Aber das ist, das ist, ja. Es ist auf jeden Fall guter Stil. Kann man sagen. Und vor allem, ich finde, das sagt auch so viel über den Menschen. Du, weißt du, ich bin so ein Typ, ich finde Tiere total toll, aber mein ganzes Leben sage ich schon immer, nee, wir können uns kein Tier kaufen, weil wir haben nicht genug Zeit dafür. Es ist viel Aufwand. Du musst morgens um fünf oder um sechs mit dem Hund im Regen raus. Ja, das ist viel, ne? So, ich weiß aber, wenn ich einen Hund hätte, es würde wahrscheinlich zwei Wochen dauern, nicht mal, es würde wahrscheinlich zwei Tage dauern, bis ich dann sage, oh, ich habe den so lieb, das ist mein Kind, ich mache alles für den. Und wenn du, ich finde, wenn du dann nach einem Monat sagen kannst, ich gebe den Hund wieder ab, dann sagt das schon sehr viel über dein Herz aus. Ja, ich finde es schön, dass du aus der menschlichen Sicht das Ganze siehst. Ja, ich sehe es ja immer aus der Unternehmersicht. Also ich bin dann auch jemand, der dann sagen würde, mit so einem Menschen möchte ich auch einen Werbevertrag machen, weil er die Unternehmenswerte, die ich für mein Unternehmen festgelegt habe, auch nach außen repräsentieren will, durch so jemanden wie Jessica Paschka, die Hunde einfach abgibt. Aber jetzt nicht, also so einfach aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ohne das zu werten, ne? Ja, ja, total. Das ist, Loyalität ist, ähm. Unwichtig. Unwichtig. Ganz genau. Ey, das ist doch, das ist doch eine super Sache hier mit der Bachelorette. Schade, dass du nicht geguckt hast. Nee, 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 nee. Ich gucke ja so vieles momentan nicht. Ich habe auch eine Kollegin am Set von Alles, was zählt. Und, ähm, die guckt tatsächlich auch, ah ja, ich muss immer über mich reden, Entschuldigung. Die guckt auch jedes Trash-Format und sie wollte sich neulich mit mir über Forbo, Ja und Global Gladiators unterhalten und ich saß da und dachte. Na cool. Warte, ich muss raten, wer es ist. Die Dicke? Welche Dicke? Wir haben keine Dicke bei uns. Ja, ich dachte, ich habe einfach irgendwas geraten. Wenn ich sage die Dünne, dann sagst du, die sind alle dünn. Ich dachte, vielleicht habt ihr wenigstens eine Dicke, damit das so gerecht ist. Nein, wir haben nur wunderschöne Menschen. Ach so. Und dich. Und mich. Aber Forbo, Ja und Global Gladiators, hast du irgendwas gesehen? Forbo, Ja, lief schon? Ich glaube, es läuft beides mittlerweile. Oh, nee, Global Gladiators habe ich nicht gesehen. Aber man sieht ja immer so auf meiner Startseite, Promi-Flash, sehe ich ja immer so ab und zu so Sachen, dass Sabrina Settlur und Sabia Boularus sich anscheinend in die Haare bekommen haben. Ja, das habe ich auch gehört. Waren die beide mit Boris Becker zusammen? Ja, waren sie. Oder mit Oliver Pocher? Nee. Hier die Van der Vaat-Nachfolgerin, die waren, glaube ich, nicht mit Boris Becker zusammen. Aber Sabrina Settlur war mit Boris Becker zusammen. Hatte ihr das Herz gebrochen eigentlich? Die war, seitdem ist sie weg gewesen, ne? Das stimmt. Dabei würde ich von ihr gerne das Badewasser saufen. Du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht. Das war ein gutes Lied damals, Alter, kann man nicht sagen. Es war sehr, 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 sehr gut. Ich habe oft die CD geschenkt bekommen, ne, von Frauen. Hat einen Moment gedauert. Hat einen Moment gedauert, aber ich habe dir die Zeit gegeben, ist okay. Wollen wir mal, wo du so über Herz brechend sprichst, würde ich gerne das Thema switchen und würde zu House of Cards kommen, weil es mir mein kleines, dickes, verfettetes Herz gebrochen hat, als ich den Teaser gesehen habe. Wie sieht es bei dir aus? Als ich schon Robin Wright da, also die Haupt-, ich weiß gar nicht, wie ihre Serienrolle heißt. Claire Underwood. Miss Underwood. President Underwood. Ja, als ich die da schon gesehen habe, war es schon, als ich sage, ah, Kevin Spacey ist nicht da. Und dann kam auch noch diese Fahrt auf den Grabstein, wo ich dachte, da hätten sie auch House of Cards draufschreiben können auf den Grabstein. Also, ich glaube ja, dass, ich glaube, ich werde das gucken, das weiß ich hundertprozentig, weil ich wissen will, wie haben sie es gemacht, dass er tot ist und so. Und was ist passiert, hat sie ihn vielleicht sogar umlegen lassen oder keine Ahnung was, ja. Aber ich, aber ich glaube, äh, rip, rip, ähm, Frank Underwood, ähm, aber, ähm, ja, ich glaube, dass es die, äh, es ist, es ist confirmed, dass es die letzte Staffel ist. Ja, ja, ist confirmed. Ist confirmed, ja, ja, gut, okay, dann wird das, äh, ich freue mich darüber, muss ich sagen, dass es aufhört, weil es schon eine tolle Serie war, die ich gerne geguckt habe, aber Kevin Spacey war halt, äh, hat es halt nicht gewürdigt anscheinend, hat sich nicht so verhalten, wie man, äh, sich in so einer Position verhalten ist. Ja, ähm, ich habe ja eben schon gegrunzt wie ein Schwein, als du geredet hast, ähm, ich befürchte fast, dass du zu viel Hoffnung hast, dass man erklärt, was mit Frank Underwood passiert ist. Oh, glaubst du, das macht sie mal richtig, richtig Kacke? Ich glaube, ja, ich befürchte, es wird so sein, so, ähm, zwei Jahre später, und sie ist jetzt seit zwei Jahren im Amt, und da wird natürlich noch mal so ein paar Nebensätze gefallen, ja, als er dann hier, äh, an seinem Krebsleiden innerhalb von einer Woche gestorben ist, da hat ja keiner mit gerechnet, und next. Ähm, weil ich glaube, weißt du, also, weil, sie haben ja keine Szenen mit ihm gedreht, das heißt, es gibt nichts, was man zeigen könnte, was in der Zwischenzeit passiert ist, vielleicht, aber ich glaube, auch dazu erbarmen sie sich nicht, ein Foto von ihm zu zeigen, das heißt, er wird gar nicht mehr bildlich auftauchen. Und deswegen habe ich einfach so das Gefühl, es wird kurz angesprochen, es ist tot, äh, aber wie du sagst, man, weißt du, also, da... Sorry, das wäre ja schon so Final-Destination-Niveau, ne, das ist so mein Lieblingsbeispiel für sowas, wo es überhaupt nicht geht, da hat der Typ im ersten Teil so krass dem Tod von der Schippe gesprungen mit 70.000, und dann im zweiten Teil, ja, er ist mit dem Stein auf den Kopf gefallen, das ist tot. Ja, 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 ja. Oh, da habe ich mich richtig aufgeregt, ne, da habe ich mich überdreht aufgeregt. Ja, es ist, ja, es ist, ja, es ist geil, ne, ja. Ja, es ist, äh... Meinst du so, ey, das wäre richtig kacke, ey? Doch, ich glaube, ich glaube, so wird das. Ich fand ja am Ende der fünften Staffel, ich glaube, das ist die sechste, die jetzt kommt, ähm, fand ich einen dramaturgischen Fehler, dass sie, glaube ich, dass Claire Underwood in der drittletzten Folge in die Kamera geguckt hat und mit den Zuschauern gesprochen hat, fand ich falsch, weil es wäre geiler gewesen, wenn sie in der letzten Szene dieser Staffel in die Kamera geguckt hätte und mit der Kamera geredet hätte. Ja, aber so war die letzte Szene einfach für den Arsch, weil du weißt ja, sie redet ja jetzt schon mit uns, ähm, und klar war oder ist Kevin Spacey ein riesen Schauspieler, menschlich offensichtlich genau das Gegenteil davon, ein riesen Wichser, ähm, aber es war einfach auch seine Serie, Mann. Es war, ey, wie oft haben wir beide uns WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt und haben gesagt, Alter, hast du diese Szene gesehen, wo er da auf der Beerdigung redet und so emotional und dann guckt er in die Kamera, es war einfach großartig. Und deswegen, ja, aber das verstehe ich nicht so, weißt du, guck mal, die Serie ist ja in sich in diesem Universum, wo ich dann sage, wenn sie jetzt so ein Bild von ihm zeigen oder sowas, wäre das für mich okay, ich kann dann ausblenden der, äh, der Serien Frank Underwood oder der echte Kevin Spacey, so, man muss jetzt nicht die Serie wegen seinem privaten Verhalten so kaputt machen deswegen, so, ja, ihn gibt's ja trotzdem, also in der Serie gibt's ja diesen Frank Underwood trotzdem. Ja, na, du gehst ja auch nicht hin und, und, und löschst jetzt alle Szenen von sieben mit ihm. Ja, genau. Ne? Ähm, ja, sehe ich genauso, aber ich glaube, da würde wieder der Aufschrei so groß sein, ja, jetzt wird ja auch noch gefeatured hier in so einer großartigen Serie, in so einer großen Serie, das ist nicht richtig und, ja, keine Ahnung. Also, ich, ich bin gespannt, am 2. November startet die Serie, äh, weltweit auf Netflix, nur in Deutschland nicht, da startet sie erst ein halbes Jahr später auf Netflix, ähm, startet dafür bei Sky, ja. Ach, da war ja letztes Jahr schon so, da hab ich dir dann so ein Video geschickt, wie ich das anfange zu gucken, ne? Genau. Es ist tatsächlich so, dass, äh, damals gab's Netflix noch nicht in Deutschland und die haben die Rechte an Sky verkauft, weil sie gesagt haben, ja, ja, okay, wir können die Serie zeigen, weil wir, 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 uns gibt's ja nicht und jetzt bereuen sie's halt total, weil sie dürfen's erst ein halbes Jahr später zeigen. Überall gibt's das, nur halt nicht in Deutschland. Nein. Ich bin, ich bin trotzdem gespannt, ich werd's mir natürlich angucken. Ähm, aber ich weiß, ich weiß nicht, ob ich die ganze Staffel gucken werde, weil das ist wie bei, äh, tote Mädchen lügen nicht. Ich hab tatsächlich die erste Folge geguckt, vor zwei Monaten und nicht weiter. Hat mich schon jetzt, die erste Folge hat mich schon nicht umgehauen, sodass ich nicht weiter geguckt hab. Bist du eingeschlafen kurz, während ich geredet habe? Ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich, ja. Okay, gut. Dann will ich dich nicht weiter langweilen, kommen wir zum nächsten Film, ähm, Captain Marvel. Hast du den Teaser gesehen? Ja, hast du den Teaser gesehen, fragst du mich, Alter. Das war mein Thema, das hab ich vorgeschlagen. Jetzt machst du mir hier, als ob du hier das Programm, äh, ge, 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 ge hingelegt hast, ja. Ich habe Captain Marvel gesehen, was sagst du denn dazu, mein Freund? Ja, also Filme mit Frauen in der Hauptrolle funktionieren bei mir einfach nicht, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich, ich bin so ein Kevin Spacey, weißt du, also Frauen gehen bei mir einfach nicht. Achso, ich dachte schwul. Achso, ja. Auch das, natürlich auch das. Hab mir den Trailer auf deine, deine Empfehlung natürlich angeguckt. Ich hab mir den auch schon ganz oft angeguckt. War ganz, ganz geflasht, dass Nick Fury, äh, aka Samuel L. Jacksons zwei Augen hat. Wusste ich gar nicht, dass der im Leben, oder ist das CGI? Der hat doch nicht zwei Augen im echten Leben. Der hat, doch, doch, hat er. Ach klar, der ist gesund. Ach, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Wobei, eigentlich, wusstest du eigentlich, dass der durchschnittliche Mensch weniger als zwei Augen hat? Das ist krass, ne? Ja, gut. Dort ist so. Hä? Ja, wirklich. Du bist dumm, dolle dumm, oder? Was willst du mir jetzt damit sagen? Nein, der durchschnittliche Mensch hat weniger als zwei Augen, weil es halt ja welche gibt, die ein Auge haben, ne? Und wenn du dann alle nimmst, dann wird es ja weniger, so mathematisch halt, ne? Ich glaube, du bist dumm. Das ist ein Mathematikwitz. Ich bin ein Nerd, Mann. Was willst du eigentlich schon mir? Nichts. Entschuldige bitte. Ja, und man sieht ja tatsächlich auch einige Bösewichte aus den alten Marvel-Filmen. Welche? Na, der Typ, der mit der langen Kapuze da ist, aus Guardians of the Galaxy. Typ mit der langen Kapuze. Ja. So heißt er offiziell, ist der Typ mit der langen Kapuze. Mit dem Hammer. Der Typ mit der langen Kapuze. ist, glaube ich, aus einem Thor-Film oder so. Heimdahl oder mal, wen meinst du jetzt? Man weiß echt doch nicht, wie die heißen, Mann. Also jedenfalls sind da einige drin. Ich kann mir so Sachen auch immer voll schwer merken. Wusstest du eigentlich, dass ein Thor der Welten, warum Nordrass die heißen und die einzelnen Äste, unter anderem Jotunheim, Midgard und so heißen? Ja, ja, klar. Das finde ich sehr, sehr schön. Oder wenn sie über den Bifrost fliegen. Ja, ja. So eine Dinger kann ich mir nie merken, ne? Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja. Ja, aber das ist ja auch egal. Was sagst du denn jetzt zu Captain Marvel? Ja, weiß ich nicht. Fand ich okay. Hat mich jetzt aber nicht so umgehauen. Also weiß ich nicht, ob ich mittlerweile das Gefühl habe, sieht halt alles gleich aus. Ach, weiß ich nicht. Also ich fand im Trailer diese eine Szene ein bisschen drüber, wo sie so dieses Top Gun-mäßige, diese Mundschutz abmacht in ihrem Flieger, ja. Dann nervt mich, dass sie wirklich Captain ist, also beim Militär ist. Ich dachte, ja, das ist mir sehr stimmt, aber Captain America, da hättest du eigentlich drauf kommen können. Aber ich dachte, sie ist einfach nur so Captain, so wie Captain Calamari oder was weiß ich. Der Gute. Ja, ja, also irgendwie sowas. Aber sie ist ja wirklich Captain. Meinen, sie jetzt auch Captain nennt oder wie nennt man sie? Sollen sie jetzt für den Film die Background-Story umschreiben, weil du das nicht willst oder was? Ja. Okay. Okay, gebe ich weiter. Ja, gibst du weiter, bist du in Kontakt mit denen, ja. Ja, weiß ich nicht. Also was Marvel immer ganz gut hinkriegt. Eine geile Hauptdarstellerin mit decken Tätten auszuwählen, die ich richtig heiß finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kriegt Marvel ganz gut hin. Ah ja, hauen wir doch mal kurz raus. Würdest du? Übertrieben gerne. Ja, mit dem Kraft der tausend Sonnen? Mit der Kraft der tausend Sonnen, die ist Capri-Sonne hoch 10, Alter, die ist sehr, sehr heiß. Die hat so ein süßes Lächeln. Ja, okay, finde ich gut. Die hat wirklich ein süßes Lächeln, ne? Ja, ist doch gut, ich habe es doch verstanden. Oh, die ist auch immer, die ist auch immer, die ist auch immer lieb. Ey, Brie Larson, ey, und ja, das ist genau mein Ding. Schön. Und du? Ich weiß nicht, so geil fand ich die jetzt nicht im Trailer. Ja, aber, ja, nein, habe ich nicht, aber sind wir mal ehrlich, meine Würde hemmt, weil das auch ziemlich niedrig. Also Würde. Ja, danke. Danke. Ja, ist doch klar. Bitte sag nicht sowas über meine Freundin. Nein, keine Angst, keine Angst. Ja, also ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also was ich sagen wollte, Marvel kriegt es ja immer ganz gut hin, relativ unbekannte Superhelden dann doch irgendwie cool zu machen. Also sind wir mal ehrlich. In Deutschland kannte früher kein Mensch Iron Man oder Thor oder Captain America. Captain America, First Avenger, ich dachte, Flop des Jahrhunderts. Also ich bin zweimal eingeschlafen bei Captain America, ne? Ja, siehst du? Ja, hat alles funktioniert. Deswegen glaube ich, dass Captain Marvel auch funktioniert. Kommen wir, und ich mache hier offensichtlich den Überleitungsmensch, kommen wir von Captain Marvel zu Venom. Ja, anderen Superhelden, ich habe jetzt Anführungsstriche gemacht. Wenn wir ein YouTube-Video machen würden, würde man das sehen. Ja, machen wir mal nicht. Ähm, quasi der Bösewicht von Spider-Man, ähm, jetzt aber ohne Spider-Man, soweit man weiß, mit Tom Hardy in der Hauptrolle, der ja offensichtlich von Bane zu Venom wurde. Ja, aber die haben, aber jetzt nur schauspielerisch, die haben jetzt nichts miteinander zu tun. Das ist jetzt nicht der Bane, der, äh, da, äh, dann von Venom übernommen wurde. Ist nicht so? Nee. Ah, okay. Okay, weil, we are Venom. Wie findest du die Stimme? Ja, find ich gut. Ich find, ich find... Also meine. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, find ich gut. Also, weiß nicht, was du meinst. Ähm, find den CGI-Look ziemlich nice, muss ich sagen. Dieses ekelige, schleimige... Hat dir nicht gefallen? Nee, also diese Szene, wo er da am Ende dann in Ganzkörper-Montur den Typen so hochhält, das sieht aus wie, ähm, King Kong 1950, äh, warum Empire State Building. Aber wenn so die, das Venom-Gesicht über sein Gesicht kommt und diese eklige, schleimige Zunge und alles sieht so glitschig aus, find ich nice. Wie fandst du das, dass er dann auf einmal so Hälfte-Gesicht wieder weggemacht hat und gesagt, wie, also, da am Ende, wo es so Comedy-mäßig dann war, so, ach, ich hab einen Parasiten und so? Ja. Ich will nicht, dass es Comedy ist. Ich will, dass es ernst ist. Nee, ist es nicht. Ich glaub, ich, ich, ich meine, Tom Hardy ist eigentlich ein, eigentlich ein riesen Schauspieler. Ich dachte, du wolltest Comedian sagen. Ein riesen Comedian, aber ich hab keine Ahnung, ob, ich hab das Gefühl, vielleicht spoilern sie auch, äh, widerwahrend in dem Trailer nicht alles, aber ich hab Angst, dass es wirklich daraus... Ist ja bei Warner nie so. Ich hab Angst, dass es darauf hinausläuft, ist übrigens Sony nicht Warner, du Affe. Ähm. Ich wollte gucken, ob du aufpasst. Ja, natürlich. Ähm, dass es darauf hinausläuft, ja, er will da investigativer Journalist sein, äh, er wird, von diesem Symbionten und dann geht's einfach darum, wir müssen ihm den wieder wegnehmen und, äh, das geht der ganze Film. Ich hab Angst, dass da die Story nicht so geil ist. Ach, echt? Ja, ich glaube schon, dass sie das mit dem Symbionten, wie du das nennst, äh, schon ganz gut hinkriegen, wie er übernommen wird. Ist das eigentlich der Fachausdruck, Symbiont? Ja. Okay. Ich, also ich bin gespannt, ich guck ihn mir auf jeden Fall an. Ja, also es ist nicht so, dass ich sage, ähm, anders als zum Beispiel Han Solo hab ich immer noch nicht gesehen, ne? Hab ich tatsächlich auch nicht gesehen. Ich habe dieses Jahr... Das ist Star Wars und ich hab's nicht geguckt, Alter, das ist traurig, ne? Ich hab auch ganz viel dieses Jahr nicht gesehen. Ich habe Black Panther nicht gesehen, ist ein Superheldenfilm, ist es eigenartig, dass ich den nicht gucke habe. Ich habe nicht mal den zweiten Teil von Ant-Man geguckt. Hab ich... Ant-Man hab... Hab ich auch nicht geguckt. Krass. Und ich hab, ähm, Heil Wakanda hab ich auch nicht geguckt. Ja, so, es ist unfassbar krass, wie... Es kam aber auch ein bisschen viel jetzt, oder? Es kam viel, dann ist es ja so, dass ich ja sehr, sehr, sehr schlau bin und deswegen eigentlich auch nur in die Filme in Englisch reingehe und ich bin in Köln und da gibt's, weiß ich gar nicht, ich glaub, Kölner sind dumm. Hallo, liebe Grüße an alle Kölner da draußen. Viel Spaß beim U-Bahn-Fahren, dann. Dankeschön. Ich hab noch kein Kino gefunden, das die Filme im O-Ton zeigt, deswegen bin ich irgendwie nicht reingegangen, aber ich hab viel verpasst. Aber, ähm, Venom und Captain Marvel, guckst du im Kino? Captain Marvel auf jeden Fall. Ja, aber nicht im Porno-Kino, sondern ich befürchte ja wieder, dass ich beide nicht gucken werde im Kino. Ah, ich glaub, Captain Marvel werde ich gucken, vor allem, weil es ja auch so ein bisschen... Also, es knüpft ja nicht an Infinity War an, aber es ist ja natürlich die Vorstory zu der After-Credit-Scene von Infinity War und deswegen, da will ich schon auf dem neuesten Stand sein. Ja. Was natürlich im Umkehrschluss heißt, dass ich auch Ant-Man 2 gucken müsste, weil es ja auch in dem gleichen Universum spielt. Ja, genau. Und vielleicht ist es ja so, dass Ant-Man auch in dieses Microverse geht da und da irgendwas mit Thanos macht. Man weiß es nicht. Mal gucken. Nee, man weiß es nicht, man munkelt nur. Ich glaube, so der einzige Film, wo ich weiß, dass ich den im Kino sehen werde, weil ich eben nicht gespoilert werden will, ist... Alles, was zählt, der Film. Alles, was zählt. Jetzt hast du gespoilert, dass es von Alles, was zählt, einen Film geben wird. Schön. Am besten sagst du auch noch, dass es am Ende des Jahres noch einen Hand-aufs-Herz-Kinofilm gibt. Dann freuen sich alle da draußen. Ah, ja. Wie hieß nochmal die Hauptdarstellerin? Von Hand-aufs-Herz? Christopher Kohnmann. Ich glaube, ich gucke Glass im Kino. Oh ja, da habe ich Lust drauf. Also quasi der dritte Teil von Unbreakable und Split. Genau, diese Trilogie, wo man nicht wusste, dass es eine Trilogie wird. Ey, einfach geil. Einfach geil. Fand ich saugend. Split fand ich geil. Ich finde den... Gott, Jean-Luc Bücker wollte ich jetzt schon sagen. Wie heißt er denn? Der Professor X spielt. Genau, Professor X. James McAvoy heißt der. Ja, der spielt super, Alter. Ey, es ist so geil. Ey, krass. Als wenn der auch das Kind gespielt hat oder so. Ja, ja. Den habe ich übrigens auch auf Englisch geguckt, weil es super ist auf Englisch. Ja, unbedingt. Ey, Leute, für alle, die Split nicht gesehen haben, guckt euch den an. Da ist ein Typ, der spielt, ich glaube, sieben verschiedene Rollen, weil er schief zufrieden ist. Ja, Spoiler. Es ist einfach... Ne, das stand schon vorher in der Beschreibung drin. Es ist einfach großartig. Aber wir verschwenden schon wieder Zeit. Ich bin nämlich jetzt vom nächsten Stichwort, komme ich auf unser nächstes Thema großartig. Veronika Ferres hat jetzt in einem Interview gesagt, dass sie lieber Milf wäre als Megareich. Ich habe das anders gelesen, mein Freund. Ich habe es nur gelesen, dass ihre Kinder gesagt haben, sie würde eine gute Milf dargeben. Ihre Kinder. Aha. Sonst sagt das auch immer nur der Freund vom Sohn. Ja, ich finde es auch ein bisschen beängstigend. Denk an deine Mutter, ja? Ja. Oh, du bist eine richtige Milf, Mama. So sieht es aus. Wer sagt denn sowas, ey? Stell dir mal vor, wir beide gehen abends weg und bei einem Bier sagst du, wie findest du eigentlich meine Mutter? Ich finde die richtig geil, das ist so eine Milf. What? Ey, was ist das? Was ist das? Warum macht man sowas? Das geht gar nicht, Alter. Kannst du auch nicht erklären. Das geht nicht. Du kannst auch, nein, 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 jetzt nehmen wir mal an, jetzt nehmen wir mal an, deine Mutter wäre Brie Larsen, ja? Ja. Ich bin dir hundertprozentig sicher, dass du trotzdem nicht vor mir sitzen würdest und würdest sagen, meine Mutter ist eine Milf. Hast die Töten von meiner Mutter gesehen? Richtig geil. Was ist das? Ey, das geht doch gar nicht. Ja, also wenn es so ist, wie du es gelesen hast, dann ist es noch gruseliger. Aber findest du denn, Veronika Ferris ist eine Milf? Ich finde schon, dass sie jetzt in einem Alter ist, wo sie eine Milf auf jeden Fall geben könnte. Ich habe sie aber mal am Zoopalast live gesehen und da ist es so wie mit dir. Du bist halt vor der Kamera sehr attraktiv, aber in echt ist halt Danny DeVito, ne? Also, und das war bei ihr, bei ihr war es halt so, dass ich sage, es ist schon sehr zerknautscht. Also, hat mir gar nicht gefallen in echt, aber vor der Kamera finde ich, sie ist schon sehr fotografierend. Ja, ja. Hast du sie mal in echt gesehen? Nee. Ah, okay. Nicht, dass ich mich erinnere. Ich habe aber auch, nee, also, hm, nee. Also, okay, gute alte Würdefrage, du würdest, ja? Ja. Okay. Alleine schon für ein Fame. Ja, da fängst du ran, ganz genau. War der Umut nicht mit der zusammen? Umut Kiki Lee? Nee. Ja, mit der anderen. Findest du, sie ist eine Milf? Ochsenknecht? Ochsenknecht, ja. Wow, nein. Nein, gut. Würdest du? Nee. Für ein Fame? Nee. Macht uns das eigentlich zu größeren Schweinen, wenn wir wissen, dass wir es für Fame manchmal machen sollen? Oder macht es uns eigentlich für, wie du vorhin gesagt hast, aus business-technischer Sicht eigentlich sehr intelligent? Ja, auf jeden Fall. Gut. Glaubst du, Marc Zuckerberg musste sowas machen? Mit, nee. Mit der Frau, die das Internet erfunden hat oder so? Nee, mit den zwei Zwillingen hat er, glaube ich. Achso, ja. Ja. Aber ich, jetzt einfach mal so zwischendurch, bist du nicht drauf vorbereitet. Ähm, hm. Du musst jetzt eine Frau nennen, wo du sagst, okay, das, mit der möchte ich gerne mal, die möchte ich, und jetzt kommt's, nicht mit der schlafen, sondern die möchte ich küssen. Die möchte ich wirklich irgendwie, gerade in diesem Moment, das muss nicht eine All-Time-Favorite sein, sondern die erste, die dir jetzt in den Kopf kommt, die würdest du gerne mal richtig romantisch küssen, sodass sie sich in dich verliebt. Und ich darf nicht meine Freundin sagen. Doch, darfst du auch. Jetzt kommst du nämlich. Hä? Ja, du darfst deine Freundin sagen, aber wenn du das sagst, ist ja gelogen. Also von daher, komm, sag. Ach so. Ähm, nee, also ich geh jetzt mal nicht davon aus, sondern die soll sich erst in mich verlieben. Die Freundin ist ja schon in mich verliebt, hoffe ich. Sehr gut. Denk nicht so, sag jetzt nicht Brie Larson. Katie Perry. Okay. Okay. Schön. Gut. Und bei welcher Frau würdest du es auf keinen Fall machen wollen? Du hast mich noch nicht mal gefragt, bei wem ich es gerne machen würde. Ja, ich drehe das jetzt um. Du sollst ja auch unverbreitet sein. Du hast dir deine Antwort schon zurechtgelegt. Bei wem würdest du es nicht machen? Oh, da gibt's doch, oh, das ist doch einfach. Da gibt's doch ganz viele. Auf keinen Fall machen. Also auch nicht für ein Fame. Auch nicht für ein Fame. Ähm, Cindy aus Marzahn. Ah. Gut. Findest du die nicht witzig? Glaubst du, kann sie nicht witzig sein, mit der so auf der Couch zu chillen und so was? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Pommes zu essen oder so? Mm, 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 mm. Nein, mm, mm, mm. Okay. Und mit wem würdest du auf jeden Fall wollen, dass sie sich in dich verliebt? Vanessa Mai. Echt? Es ist krass, ne? Mein All-Time-Favorite kennen ja, glaube ich, schon einige. Was heißt All-Time-Favorite? Es gibt ja einige, wo ich sage, wow, schon attraktiv. Aber ich habe ja, ich meinte das wirklich ernst. Eine, die dir sofort in den Kopf kommt und als ich die Frage gestellt habe, kam komischerweise Vanessa Mai in meinen Kopf. Krass, ich hätte jetzt jemand anderen vermutet. Wen denn? Bei dir? Ja. Rita Ora. Ja, habe ich gewusst, ja. Meine Freundin und ich haben übrigens auch so ein Freilos, dass jeder durfte sich einen aussuchen, mit dem er was haben darf, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Bei mir ist es Rita Ora und bei ihr ist es, ja, was soll ich sagen, Chris Hemsworth. Oh, auch mit Chris, dann ist die Umstellung auch nicht so groß. Ja, genau. Und ganz ehrlich, Chris Hemsworth. Was will sie denn dann ständig von mir, wenn das ihr Typ ist? Weiß ich auch nicht. Sie hat halt auch so einen Ekelfetisch, so ein bisschen. Ach so. Aber sind wir mal ehrlich, Chris Hemsworth würde ich ja auch machen, ne? Ja. War der nicht auch auf deiner Liste damals bei Milf? Ich glaube ja, ich glaube ja. Ey, wir beide müssen sowieso auch mal, aber ich finde, das ist eine YouTube-Folge Milf Reloaded machen, wo wir über die Top-3-Männer, mit denen wir gerne schlafen würden, sprechen. Ach, dieses Freilos, ey, das gibt es in meiner Beziehung auch übrigens, ja. Das hat aber nur meine Freundin und ich darf es nicht haben. Geil, wen hat denn deine Freundin? Channing Tatum. Channing Tatum, okay. Da würde ich, aber den finde ich auch gut, da würde ich ihr nicht mehr böse sein, muss ich sagen. Es ist einfach so, ich glaube, es gibt einfach so bestimmte Leute, wo man sagt, ja, scheiße Mann, kann ich verstehen halt. Ich bin einfach nicht in seiner Liga, ist das einfach so. Ja, es ist so. Channing Tatum. Weil der soll sehr lustig sein, deswegen meinte sie. Okay, ja, genau. Bei rein optischem Sex geht es auch voll, sehr viel um die inneren Werte. Ja. Aber jetzt, sagen wir mal, deine Freundin hört dir gerade nicht zu und sie hört nicht zu. Das weiß ich. Wen würdest du denn, wer wären denn dann los? Ähm, ja, jetzt, also Katy Perry und Brie Larson sind schon gut dabei, aber sonst, wo könnte ich nicht Nein sagen? Ach komm, also wo könntest du nicht Nein sagen? Also das gibt es Millionen. Eine Million. Sondern wo du sagst, wo du sagst, okay, das wäre es dir wert, auch während der Beziehung, weil es ist ja dein Freilos. Schwer, Alter. Wüsste ich jetzt gar nicht so auf den Dings. Für mich zählt nicht nur die Optik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mehr so der emotionale Typ. Gerade du, ja. Ja, das ist verständlich. Nee, ich könnte, ich könnte, ich kann nicht, aber ich mach mir mal Gedanken. Aber niemand Deutsches, ey. Also Vanessa May, ach nee, Vanessa May war dir in den Kopf gekommen, aber, ähm. Ja, wäre es nicht, wäre ja nicht, nee, nee. Wäre nicht. Wobei man ja eigentlich jemand Deutsches nehmen würde, damit die Chance da ist, den mal kennenzulernen, ne? Ja, für mich nicht, weil mein, äh, Welt ist vom Kopfkissen bis zum Flachbildschirm und, äh, ich komm ja nie raus. Ja. Deswegen, ja, stimmt, da jemand Deutschen, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, ich geb dir noch ein bisschen Bedenkzeit, ähm, bis zur nächsten Folge. Und wir könnten zu unserer neuen Kategorie kommen. Kategorie und Tschüssi hat sich nämlich durchgesetzt. Kategorie und Tschüssi, Mac Miller ist gestorben. Kennst du den? Ja, ähm, hab ich heute auch gelesen, hab ich bestimmt auch mal einen Song von ihm gehört, ähm, wüsste jetzt aber nicht, wie der heißt, der Song und wie der geht. Der ist an einer Überdosis gestorben. Ja, mit 26 Jahren. Hat sich so krass, hat so krass weggeballert. Das ist der konsequentere Menuin Fröhlich. Optisch auch, glaube ich, gewisse Ähnlichkeiten da. Ja. Du, und jetzt stelle ich dir mal eine Frage, ähm, weil ich gerade im Internet ganz viele große Stars schreibe, Mensch, Mac Miller ist so sad. Natürlich ist es traurig, keine Frage. Aber Prayers, na, 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 na. My thoughts and prayers go to our family. Genau, so, und nochmal den Fakt, er ist aufgrund einer Überdosis mit Drogen gestorben. Es ist, äh, äh, ja. Wie findest du, grundsätzlich so, findest du da auch so, dass man da ... Es sagt viel über den Menschen generell aus. Dass er zum Beispiel nicht weiß, wie man sowas dosiert, sagt das über ihn aus. Sonst würde er noch leben. Und von da kann man auch darauf schließen, dass er vielleicht nicht der, äh, disziplinierteste Mensch war, ne? Weil sonst hätte er ja nicht zu viel genommen. Ähm, ja. Also ich muss sagen, ist so ein bisschen, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sein Background ist, aber ich glaube, dass niemand süchtig sein muss. Und, ähm, da könnte man sich auf jeden Fall Hilfe holen, Professionelle, wenn man in so einem Stadion ist, dann ... Und, ähm, er war jetzt wahrscheinlich auch nicht arm, dass er sagt, er hatte nicht die finanziellen Möglichkeiten. Weil wenn er sich Drogen kaufen kann, dann kann er sich auch einen Therapeuten leisten. Ähm, weil Drogen sind ja nicht, äh, 1,50, sondern 150 oder so. Mhm. Ähm, er hätte das, er hätte Hilfe suchen müssen, aber hat er nicht gemacht. Ja. Also ich ... Ist ein bisschen eigenverschuldet, ne? Sehe ich, sehe ich wie du. Weißt du, natürlich, ähm, so eine große Drogensucht und sowas ist auch alles eine Krankheit. Und resultiert wahrscheinlich auch aus einer psychischen Krankheit. Aber ich finde, wie du auch schon sagtest, man differenziert, also sollte man, oder bin ich der Meinung, oder würde ich tun, ähm, ob jemand jetzt an Krebs oder sowas gestorben ist. Unverschuldet oder verschuldet. Unverschuldet oder selbstverschuldet oder eventuell sogar noch Selbsttötung. So ist es alles traurig, es ist immer ein Mensch, der uns geht, keine Frage. Aber, ja, es ist halt ... Es ist, äh, ich finde das Wort, es ist verhinderbar. Es ist verhinderbar ganz gut, ja. Und dieses, ähm, das macht es dann schwierig, da zu sagen, so, ah, er tut mir so leid. Ja, ja. Wie mit Avicii oder so, wo ich sage, der hat ja sich auch entschieden zu gehen, aber durch den Druck, also, aber das ist halt auch ... Ja, ist aber auch Wahnsinn, wie viele Menschen, ne? Guck mal, du sagst gerade Avicii, der von Linkin Park ... Ja, komisch, ne? Ist auch so viele Bekannte. Genau, hier, äh, Philip Seymour Hoffman, Schauspieler. Robin Williams. Robin Williams auch? Stimmt, der hat sich erhängt, ne? Ja. Ey, krass, es gibt echt viele, aber es gibt halt auch in der richtigen Welt außerhalb des Medienbusiness viele, die dieses Schicksal gewählt haben oder diese Entscheidung getroffen haben. Ich finde es übrigens toll, dass wir eine richtig lustige Folge gemacht haben und zum Abschied kommst du mit so einem Thema. Damit es auch, damit es auch dann, das was bleibt, ist ja immer der Schluss, damit es auch dieses Gefühl dann weiterhin in den Herzen bleibt von den Menschen, mit unserer tollen Botschaft. Ja. Ich fand unseren ersten Podcast sehr erfrischend, muss ich sagen. Ich auch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich finde auch, dass du, so hast du am Anfang schon gesagt, es war ein bisschen wieder aufregend, weil wir haben vor drei oder vier Jahren schon mal einen Podcast gemacht. Wir sind quasi eine der deutschen Podcast-Pioniere. Sind nicht dran geblieben, sonst wären wir jetzt scheiß reich. Also wir treffen immer die falschen Entscheidungen, so wie mit YouTube. Wir springen jetzt wieder auf den Zug auf, wo wahrscheinlich schon abgefahren ist. Ganz genau. Wir haben dieses Gerät, wo einer links und einer rechts steht und dann immer so, der Zug ist abgefahren und wir sind auf diesem anderen Ding. Wie heißt das? Ey, wenn ihr wisst, wie das heißt, kommentiert das doch einfach unter dieser Folge. Genau. Wie heißt dieses Gerät, wo die Leute auf den Schienen sich hin und her irgendwas... Ja, schönes Ende. Aber es hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir haben viel erzählt, es war toll. Leute da draußen, alle, die dran geblieben sind, erzählt euren Freunden von unserem YouTube-Kanal. Denkt dran, einfach mal Lass mal Reden bei YouTube eingeben. Das Lustige ist auch, wenn man bei YouTube Lass mal Reden einkommt, kommt der Vorschlag, Lass mal über Haie reden. Von Lumio, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht, sehe ich nur jedes Mal. Aber abonniert hier diesen Podcast, bewertet uns, erzählt euren Freunden davon. Dasselbe macht ihr natürlich bitte mit YouTube. Und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Ja, ich fand es sehr schön. Und ich finde es schön, dass wir das jetzt regelmäßig machen werden. Werden wir, oder? Oder, oder Chris? Sind wir noch live, oder? Nee, nee, ich habe schon ausgemacht. Und du? Hast du schon ausgemacht? Ja, ich habe auch schon ausgemacht, ja. Also, wir haben euch ganz doll lieb. Und hast du was vorbereitet zum Abschied? Grafzahl fällt unter die Kategorie Alles, was zählt. Shine on. Shine on. Die Kategorie Laurie